Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muss dazu sagen, dass die Ambitionen, aber auch unsere Hoffnungen, die wir hatten, dass sich Belarus doch hin zu mehr Demokratie und Rechtsstaatlichkeit öffnet. Das hat mit der Präsidentschaftswahl, die wir alle gerade verfolgen, mehr als nur einen herben Rückschlag erlitten. Wir hatten im Vorfeld zusammen mit Frankreich und Polen freie und faire, transparente Wahlen gefordert und am gestrigen Tag und auch im Vorfeld der Wahlen war davon wirklich überhaupt nichts zur Kenntnis zu nehmen. Stattdessen haben wir Gewalteinschüchterung und Verhaftung mitbezeugen müssen.